Dann kann ich die nicht wieder sofort mir holen. Kannst ja weiter farmen, ja. Ja, das ist ja der Grund, weswegen ich die grünen lassen. Eigentlich einer, den jeder kennt. Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Deine Mutter bleibt deine Mutter und das ist mir immer noch egal. Und dein Vater ist deine Oma, ja. Moment, ich will durch das Loch fallen. Du musst da nur richtig springen. Ja, du kennst mich doch, YOLO! Oh ne, dein Level, denk dran. Ja, Level 12 bloß. Level 7. Du musst halt grad vorher disconnecten, dann reconnectst du und BAM! Das wär voll geil eigentlich. Was soll das bringen? Das wär so... Das wär richtig geil. HIT! Oh! Hol dir ein bisschen Spideys her! Wirklich, mich verfolgen vier Spinnen. Ja, vorher ist da eine Spinne auch oben gewesen. Die wollt's auch von dir haben. Was wollt ich grad machen? Bogen, ne? Ja. Ähm. Bogen. Ah! Das ist gut. Ähm, ich nehm mal die Endertrue, die hier ist mit, ne? Die obere? Die untere hier. Weil die wollt ich eh verfrachten. Ja, klar kannst du machen. Ich hab auch noch eine. Ich hab in der Endertrue noch eine Endertrue, wenn du willst. Gut, dann nimmst du die eine Endertrue noch zum irgendwie unten da bei dir hinpflanzen, dass wir sozusagen richtig schönes, ähm, Item-Connecting-Netzwerk haben. Also das blöd ist, ne? Ich müsste vielleicht kurz auf die zugreifen, um die rauszuholen, um sie unten nochmal neu zu pläten. Ja, dann... Dein Pech! Was? Oh, ich geh enchanten. Was, was, was enchant ich dann heute? Achso, ich wollt nen Bogen enchanten. Nein, dein Penis. Bäh! Bist du dumm oder wie? Was enchant ich heute? Dein Penis! Enchanten. 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 Enchanten, ne? Ja, ich hab nen gescheiten Bogen gekriegt. So, ich mach. Auch wenn die Symmetrie dadurch gestürzt, gestört wird. Da kommt jetzt die Endertrue hin und hat dann hier Platz für das. Also ich bin equipped für nen Ender Dragon. So, dann schauen wir mal, wie schnell wieder alles ist. Ja, ich hätte da nur nen Unendlichkeitsbogen genommen. Achso hast du jetzt auch schon nen Endlichkeitsbogen, sagst du? Ja, grad eben Enchanted. Das ist Premium. Ja, deswegen nehm ich dann einen Pfeil mit. Wird er es heute schaffen, seinen Boden mit Quarz auszulegen? Dies sehen sie jetzt gleich. Nein. Jetzt muss das Intro kommen. Halte die Fresse... Halte die Fresse... Deine Mutter! Okay. Alter, was was... Ich glaube's nicht. Alex, in den unteren Tro... Warum ist da Kürbiskuchen? Puh! Warum nicht? Ich nehm aber, mal alles aus den Truden raus. Na, dann blas mir doch ein. Gehst du einfach gerade bei mir an meine Truhen, die immer noch konform sind? Unten. Ja, unten gehört auch noch mir. Ja. Ich nehme aber mal alles raus, was man verwerten könnte. Hey, das ist immer noch mein Lager. Oder meinst du bei den offenen Feldern? Ja, das ist meins Zeug. Bei dem Feld drünten drin. Hier, das hier ist meins. Das Feld unten kannst du rausnehmen, was du willst. Ja, habe ich eben gemacht. So, ich tue jetzt mal auf Level 12 irgendwas in Schaden. Ich bin so verwirrt, wo war jetzt nochmal diese scheiß Farm, Alter? Tief. Ich habe keinen Bock auf Level. Dann. Soll ich? Nein. Tief. Zwölf. Schutz 2! Bitch! Auf was denn? Auf Russpanzer. Ich habe Schutz 3. Arsch. Ich habe Protection 3. Ich muss ein paar Hühnchen schlachten. Kennt ihr das nicht? Arsch und Hitten. Doch, doch. Äh, Alex, nur wenn sie oben raus sprieseln schon halber. Ich glaube, du musst da erst noch ein wenig warten. Alter, ich habe 2 Stacks Gold. Ich bin voll der... Schillernde. Ich weiß nicht mehr, wo die so scheiß Farm war. Oder kennst du auch Bromephoise? Prometheus? Ja, Bromephoise. Ist das jetzt ein Film oder ist das jetzt... Das ist einfach nur... Ich kenne den Film, der heißt Prometheus, der hat was mit Aliens zu tun und ist total schlicht. Ja, Prometheus, kennst du ja doch sicherlich den Gott. Ich kenne deinen... Ne, ist kein Gott, ist Halbgott. Ist auch ein Gott. Mein Penis ist auch ein Gott. Ja, meiner auch. Ich habe ihn... Ich habe ihn dann... Äh, letztendlich in Adrian umgetauft. Ich hasse den Namen, Walter. Ich will nicht... Ich will nicht... Ich habe einen Kollegen, da ist Adrian. Ja, dann musst du Adrian sagen, er ist jetzt mein Penis. Der Typ ist ein Vollidiot. Ja, er ist aber trotzdem mein Penis, also... Dein Penis ist ein Vollidiot? Da muss er mit leben. Oh Mann, wo die... Da muss dein Adrian jetzt mit leben. Der Adrian ist... Naja, bescheuert. Äh, wie viel Samen habt ihr? Ergott, der hatte ich immer. Ich habe scheiße viele Samen. Nein, der ist punkto 1 vier Jahre jünger als ich. Wie viel Sex hast denn du? Also so in Richtung... Mal ins Blaue gefragt. Ja, ich und Can. 30 Milliarden Tausend. Ich bin doch nicht vier Jahre jünger als du. Das war ein Creeper und der hat mir nur zwei Scha... Alex. Herzlichen Schaden gemacht, what the fuck? Ich bin doch nicht vier Jahre jünger als du. Dann guck mal kurz nach wie viel Samen du hast, wie viel Stacks Samen. Weil ich würde mir da demnächst dann vielleicht welchen holen noch. Ich meine ja, Can und ich. Ja, Can ist erst zwölf. Ja. Fast, fast zwölf. Dann ist er sogar sechs Jahre jünger. Gut, dann mache ich mir selbst Samen. Ja, ich bin aber keiner zwölf. Nein, nein, du kriegst mich. Im Vergleich zu mir und Can. Ich würde so richtig ne riesen Farm noch machen, damit ich da viele Hühner machen kann. Ja doch, eigentlich Can, weißt du, wenn du deinen ganzen Samen nimmst und ähm... Das klingt immer noch falsch. Du bist immer noch hardcore extrem kacken. Ihr nehmt das Gesicht deiner Freundin wirst. Also wenn du... Also wenn du... Wenn du... Wenn du deinen ganzen Samen in eine Hand packst... Boah, Jesus, Alter. Ich schlachte jetzt natürlich nicht. Wie ein Minecrafter halt, ne? Wäre dafür, dass wir Niko einfach mal kurz dann abschieben. Ne, also wie gesagt, wenn du deinen ganzen Samen in eine Hand packst oder mehrere, je nachdem wie du halt... Wie, wie halt Minecraft es zulässt. Je nachdem wie halt... Wie du grad Lust hast. Ja, wie du grad Lust hast und Minecraft es zulässt. Ähm... Dann kannst du ja die Hühnerfarm benutzen, um kurz Level 30 zu werden. Hm. Indem du einfach nur die Hühner fütterst. Ach, nur füttern! Ihr sagt töten! Nur füttern macht auch Level 30 bei mir hier. Alter, Kalle hat's ja gesehen, dass da 1-2 rumschwirren. Laser ist bei mir. Jaja, du bist krank. Laser ist bei dir? Laser ist hier bei mir. Ja, sag Bescheid, wenn er Stress macht, dann komm ich vorbei und... Ja, ich verfolge jetzt vom... Ich hab Bock auf Stress. Weil ich glaub, ich hab so die besseren Equipers eher, weil... Ja, nur Eisen. Ich hab Bock auf Stress. Ich geb ihm einen Hedgehot mit meiner Puppe an. Ich hab auch Bock auf Stress. Da kommen jetzt beide zu ihr. Ja, man, die Blacky hat nichts gemacht, dem brauchen wir nichts machen. Ja, wenn er was macht, meine ich. Ja, wenn er was macht, dann... Wenn der eine Sache irgendwie anfasst, kriegt er aufs Maul. So Gangster-Call so. Ja, Kalle, ey, hier macht jemand Stress, kommst du her? Ja, genau. What the fuck? Ja, sofort. Der sucht irgendwas. Bitte? Wir battlen uns aber nur, äh, also... Ich meine, wir battlen uns sowieso nicht, aber wir battlen uns nur unter Teams, ne? Ja, wie meinst du das? Im Ender Dragon. Hm. Weiß nicht, das müssen wir dann entscheiden. Weil wir waren ja, äh, als, äh, als Trophäe unser, mhm, als Trophäe in unsere Stadt sozusagen, das, äh, das... Ja, ja, klar. Ja, ich würd's auf meine Insel klatschen. Ja, wir ja auch. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Ja, ihr habt aber keine... Achso, stimmt, ihr habt eine Insel. Ja, es ist halt, wie gesagt, da, let's battle am Ende. Aber ich würd sagen, fair, da ist der Fairness halber, nimmt man die Objekte halt, dann gibt die wieder zurück, so, Rüstung und so, gleich. Sollten wir halt da noch irgendwann, irgendwann mal klar machen, so, wenn alle, äh, alle vorm Portal stehen, so, ja, übrigens gibt's ein Battle. Und wir, äh, die helfen so in Eisnürstung. Alter. Auf meiner Insel spawnen schon, äh, Spinngruppen und so. Geil. Ja, nicht geil, ich muss, ich sollte mal irgendwann mal da, weißt du, oh ja, ich hau den mit der Scheiße. So, ich komm jetzt da, äh, ich bin jetzt da. Dust mir einen Gefallen, Nico, dust bitte unter deiner, deiner Insel ein bisschen ausleuchten. Ja, bitte. Unter meiner Insel? Ja, da ist nicht ziemlich dunkel. Nö. Ach, Can, isst du grad was, oder? Ja, ich hab grad kurz, äh, äh, ähm, einen Osterhasen gegessen, ja. Ah! Puh. Hat mir ja gar nicht gehört, wie du geschmatzt hast. So, wo soll ich das jetzt hinmachen? Wer weißen. Nein, ich hab Druckplatten gemacht. Shit happens. Ja, kann ich gleich wegwerfen, ey, keiner braucht Druckplatten. Nö, okay, egal. Was? Wo soll ich deine, äh, wo soll ich deine Hühner füttern? Äh, ja, wo sind meine Hühner? Da hinten, hinten. Da, 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 weiter, nach hinten. Weiter, nach hinten, da hinten ist so, äh, Stein, siehst du, kommst du, und, na, da, ja, einmal rumgehend da oben. Ja, da. Da springst du jetzt einfach mal fett rein. Einmal fett rein springen, von Hühnern zerfleischen lassen. Dann sagst du mir, wie viele Frames du hast, dann, äh, ja. Also gerade hab ich, äh, 25. Was hast du vorher? Sonst hab ich, immer konstant, ähm, 120, oder? 70. Ich hab 120 eigentlich einfach. Ich nehm mit 70 auf. Hä? Ich nehm mit 70 auf. Achso, okay. Ja, ich mit 60. Ich konstant 30. Ach, ich kann mal reinhüpfen, aah! Ja. Und dann kannst du mit deinem Samen einfach da rumlaufen und da flittern. Ja, ja, mach ich, ey. Was dich nicht lustig anhört, find ich. Hä, 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 hä. Samen. Benef. Samen. Boah, Jesus, Alter. Jesus Christ. Ja, und du kannst, weißt du, die Kiste ist ja, da hab ich ja ein Dispenser dran gekoppelt, der halt automatisch schießt, ne? Ah, hier. Da ist der Scheiß. What the fuck, ich weiß nicht mehr, wo ich hier rauskomme. Ich muss halt stimmen. Wenn man sich in ein 3x3 Feld verläuft. Hey, das ist kein 3x3. Nee, das ist 4x4 oder so. Das ist noch größer. Es ist noch größer. Was meint Gianni mit S? Ah, ich seh die Leiter. Hast du dein ganzes Samen schon verfüttert? Nein, hab ich noch nicht. Ja, das würde ich mal machen. Auch wieder. Das levelt nämlich übelst gut. Übelst. Übelst. Level 21. Was willst du mit Glow machen? Ich seh halt gerade gar nichts mehr. Hier war gerade ein Creeper drin. Das kenn ich, Gian, das kenn ich. Ich spamme halt dauerhaft. Ja, du kannst auf der Taste bleiben übrigens, ne? Oh, stimmt. Ich wollte dir nur so einen Tipp unter Freunden geben. Unter guten Freunden. Unter Freunden. Unter Freunden kann niemand trennen. Oh nee. Oh nee. Gute Freunde, haben Handy zusammen. Boah, weißt du was? Mach mal ganz kurz was. Muss mal ganz kurz den Sound ausmachen. Sonst kriege ich hier gleich einen Vogel. Du meinst den Chicken Sound? Ja, den Chicken Sound. Den Chicken Sound. Ganz ehrlich, Nico. Von mir, ich seh gerade deine Insel so von hier unten und denk mir, das ist so ein schwarzes Vortex in der Luft. Ja, das sollst du auch wirklich genau so verarschen. Ne, Level 30 habe ich noch nicht. Ich muss mal... What the fuck, wie viele Eier ich schon wieder hab? Ja, die kannst du einfach alle in die Kiste werfen. Mach ich dann gleich. Ja, du willst nicht wissen, wie viele Hühner da drin sind. Ich hab dir noch nie gezählt. Ich hab's aber auch nicht vor. Hä, ich fühl mich gerade hart verarscht. Toll. Was denn? Okay, es ruckelt gerade extrem. Ich muss mal kurz was fressen. Käse? What the fuck? Der Server lag. Nein, wirklich. Der Server lag wirklich. Ach, jetzt nicht mehr. Ja, er lag wirklich. Bei mir, die Blöcke, die, die Blöcke, die, ähm, das Geräusch, das poppt hinterher. Ich glaub, das liegt gerade an mir, oder? Ich weiß es nicht. Dann, geh da bitte raus. Warum? Der Server lagt extremst. Töt die mal. Was, die Eier? Äh, ne, er fütter aber weiter. Ja, mach ich ja gerade. Lass mal, bis ans Limit. Alter, da hängt, da hängt so megamäßig der Server. Leben am Limit. What the fuck? Leben wie Larry. Dann, dann merkst du es auch, dass der Server laggt. Nein, gar nicht. Ich krieg nur, es geht gerade runter auf 50 und dann ist es wieder auf 56, die, äh, die Seeds. Wie viele Stacks ist denn das? Ich hab noch gar nicht so viel verfüttert, eigentlich. Ich glaub erst zwei Stacks oder so. Scheiße. Ihr habt nicht viel, ne? Ich hab nur zwei Stacks verfüttert, also das spricht schon für 128 Hühner. Gute Freunde. Halt die Fresse. Kann niemand trennen. Gute Freunde. Also ich hab gerade 34 Frames. Jetzt 30. Ich denk, das sollte noch weitergehen. Und ich kann hier, ey, ihr müsst gerade sehen, was ich hier mache. Ich baue hier gerade Kies in der Luft und baue weiter an Kies dran, um meinen Weg zu bauen. In der Luft, Alter, mit Kies. Und der fällt nicht runter. Das hält Nico davon. Okay, der fällt runter. Das ist meine ehrliche Meinung. Ey, du stehst bei mir in der Luft. What the fuck. Wer meinst du? Wen meinst du? Ich mein, äh, Alex. Achso, ja. Wer meinst du? Alex, abgeschmiert. Ich wurde gerade gekickt wegen dem Versuch, dass ich fliege. Geil. Geil. Dabei bin ich einfach nur gebackt in der Luft. Ist Buck-using einfach verboten, oder was? Ja, klar. Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ein Dorf, aber das ist, ähm, das ist das Haus von Nils. Das Hubus-Versage, das Dörf halt aber scheiße aussehen. Ich finde schön, wie jetzt das selber wieder flüssig läuft. Ja, ich weiß, ich bin jetzt auch rausgegangen. Flüssig. Gut. Kalle. Ja, bitte? Hast du meinen qualifizierten Kommentar gehört? Welchen? Flüssig. Da war doch, da war noch ein Insider, das ist von letzter, von letzter Woche oder so, ne? Flüssig. Was war da nochmal? Ich kann mich irgendwie dran erinnern. Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Lol. Ist natürlich räudig. Aber damit ist ja aus, bloß sich. Vielen Dank.